Ich hatte eigentlich nie vor, einen sozialen Verein zu gründen. Ich bin einfach nach dem Besuch auf den Philippinen da reingerutscht und ich habe es nie bereut. Ich bin einfach nach dem Besuch auf den Philippinen da reingerutscht. Ich bin einfach nach dem Besuch auf den Philippinen da reingerutscht. Ich bin einfach nach dem Besuch auf den Philippinen da reingerutscht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020